Hallo und herzlich willkommen zum Janus Adventskalender. Heute ist der 7. Dezember und heute möchte ich Ihnen mal zeigen, wie das neue Begrenzungstool aussieht in der NX11, NX12. Wenn Sie mit der NX10 gearbeitet haben, die habe ich hier mal aufgerufen, dann sollte Ihnen dieses Begrenzungsmodul hier bekannt vorkommen. Das ist ja das, so wie es seit jeher mitgebracht wurde in allen NX-Versionen. Sie haben hier eben die Möglichkeit zu sagen, ich möchte eine Kurve Kante anwählen. Dann haben Sie gesagt, Sie möchten hier zum Beispiel geschlossen oder offen arbeiten. Sie möchten auf einer bestimmten Ebene die Begrenzung liegen haben. Die Begrenzung ist innen oder außen und die Begrenzung ist tangenziell oder unkontur. Dann haben Sie hier Ihre Kanten angewählt und haben dementsprechend dann eine Begrenzung erhalten. Das neue Begrenzungsmodul in der NX12 sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich schalte hier mal um. Wenn ich jetzt hier eine Planermill-Operation aufrufe, sieht das neue Begrenzungsmodul so aus. Im Prinzip finden Sie alle Funktionalitäten wieder, die Sie auch aus dem anderen Modul kennen. Vorteil ist hier, Sie brauchen sich nicht mehr an die Reihenfolge zu halten, wie es eben in dem anderen Modul war. Und Sie können hier im Prinzip alles genauso machen, wie Sie es eben in NX10 gesehen haben. Wir haben also hier die Möglichkeit zum Beispiel zu sagen, ich möchte eine Fläche auswählen. Alle Kanten der Fläche sollen eben eine Begrenzung werden. So, zum Beispiel. Jetzt kann es natürlich sein, dass ich eventuell gar nicht alle Öffnungen hier in dieser Fläche als Begrenzung haben möchte. Ich gehe also hier nochmal raus, markiere nochmal alle Begrenzungen und lösche die raus. Hier ist noch eine. So, und zwar, wenn ich jetzt hier eine Fläche anwähle und möchte jetzt zum Beispiel Bohrung, Knäufe, Phasen nicht ausgewählt haben, also nicht mit einer Begrenzung umgeben haben, kann ich das hier oben jetzt hier einstellen. Das war vorher mit in dem Menü drin. Jetzt kann ich das eben hier entsprechend einstellen. Zum Beispiel habe ich hier Bohrung ignorieren, Inseln ignorieren und Phasen ignorieren. So, wenn ich dann hier einschalte eben Bohrung ignorieren und wähle die Fläche an, dann habe ich eben eine Begrenzung, die nur umlaufend um diese Fläche herum ist. Ich lösche diese Begrenzung nochmal raus. Jetzt gehen wir mal in den Bereich Kurve. Hier ist es jetzt so, es hat sich grundlegend was geändert, was die Werkzeugseite bzw. die Materialseite angeht. Bisher war es ja in dem alten Menü so, dass ich sagen musste, wenn ich links von der Kontur fahren wollte, musste ich ihm sagen, das Material steht auf der rechten Seite. Und endlich ist es so, dass ich nicht mehr die Materialseite, sondern die Werkzeugseite definiere. Das heißt, wenn ich jetzt eben links von der Kontur fahren möchte, ich gehe mal hier auf offene Begrenzung und ich möchte links von der Kontur fahren, dann stelle ich hier auch links ein und nicht entsprechend entgegengesetzt, dass die Materialseite rechts ist. Ich kann also hier jetzt eine Begrenzung an, eine Fläche an, eine Kante anwählen. Sage jetzt hier, ich möchte diese Kante eben auf der Fläche haben. In der Fläche soll links sein, Begrenzung soll offen sein. Okay. Jetzt habe ich hier eine Begrenzung angewählt. Diese liegt eben hier. So, jetzt möchte ich ja vielleicht diese Begrenzung verlängern oder verkürzen. Ich habe hier aber im Prinzip nichts, womit ich das machen kann. Und zwar kommt dieses Menü, mit dem ich verlängern, verkürzen kann oder auch elementbasierte Änderungen vornehmen kann, erst wenn ich hier auch das Element anklicke. So, jetzt erscheint hier dieser Bereich, wo ich eben einstellen kann, ich möchte auf dem Element, vielleicht On-Kontur oder Tangentiell fahren, ich möchte eventuell Toleranzen ändern, Aufmaße, Vorschübe ändern oder ich möchte eben hier Trimmen und Erweitern. Ich klicke das mal an. Und jetzt bekomme ich hier nämlich zwei Kugeln, eine Kugel am Anfang, eine Kugel am Ende. Und mit diesen kann ich jetzt einfach durch Ziehen diese Begrenzung verlängern. Ich muss also nicht mehr ausrechnen, in welche Richtung möchte ich jetzt meine Begrenzung verlängern und was für Werte muss ich eingeben, sondern ich kann jetzt einfach mit Augenmaß die Begrenzung einfach ein Stück verändern. Okay. Zusätzlich habe ich noch die Möglichkeit, hier für die komplette Begrenzung eben auch diese Einstellung zu machen, Toleranzen, Aufmaß, Roter Abstand und Schnittvorschub. Möchte ich mehrere Begrenzungen erzeugen, kann ich also hingehen, habe hier einen neuen Satz hinzufügen. Mache jetzt eine weitere Begrenzung. Und jetzt kommt noch ein großer Vorteil hinzu, wenn ich jetzt hier wieder über Kanten gehe, also über Kurven gehe, sage, ich möchte jetzt eine geschlossene Begrenzung haben. Diese Begrenzung möchte ich gerne innen bearbeiten. Und möchte jetzt vielleicht hier diese Begrenzung hier umlaufend um diese Tasche herum haben. War es bisher so, wir mussten angehen auf Verketten, Ende, erstes Objekt, Anfang, letztes Objekt und mit viel Glück ist dann da eine umlaufende Begrenzung bei herausgekommen. Das ist heute jetzt auch deutlich einfacher geworden. Das heißt, wir können hier oben einfach gehen auf die Kurvenregel, sagen, ich möchte eine tangenzielle Kurve definieren, wähle hier eine Kante an und er läuft automatisch um diese Tasche herum und macht meine Begrenzung. So könnte ich jetzt dieses Teil schon anfangen zu bearbeiten. Ich kann hier auch einzelne Begrenzungen eben löschen. Und was auch noch ist, ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine tangenzielle Begrenzung eben massenweise zu einer On-Kontur-Begrenzung machen will, kann ich hier unten die Elemente hier alle definieren, also alle markieren und kann hier als Massenumstellung hier von tangenziell auf On-Kontur-Begrenzung schalten. In dem alten Menü war es so, ich musste jedes Element einzeln durchklicken und musste entsprechend dann von tangenziell auf On-Kontur umschalten. Ich hoffe, die neuen Funktionen sind ein klein bisschen klar geworden. Sollten noch Fragen sein, können Sie uns ja jederzeit über die Hotline oder eben per E-Mail erreichen. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen ein wenig Spaß gemacht und würde mich sehr freuen, wenn Sie auch am Montag wieder dann dabei sind und sich den Adventskalender weiter angucken. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.